einen wunderschönen guten morgen die zum ersten mal da sind herzlich willkommen zurück kanale die schon wieder da sind so videos wie gestern mit crash prophezeiung die lösen immer ein bisschen diskussion aus was ist gut so was ist zwischendurch nötig ja einige um einige auf den boden der tatsachen entweder zurückzuholen oder um einfach mal auch ein bisschen zum anregen das ganze zu nehmen ja genau das was ich jetzt mache soll auch ein bisschen zum anregen dann auch wirklich anhalten und zwar nachdem ihr kurz den like button gedrückt hat und ich die kleinigkeit eingestellt habe würde ich mal ganz ganz gerne kurz wirklich nur kurz über die cardano bitcoin valuation gehen ja das verhältnis von cardano gegenüber bitcoin im vergleich zum letzten bärenmarkt und zum jetzigen bärenmarkt ja wir sehen ja dass cardano gegenüber weiter blutet ich meine dafür muss ich jetzt kein großer houdini sein um diesen chart zu lesen dass wir hier in einem abwärts kanal sind das dinge einfach nur weiter in richtung süden geht vielleicht nicht der ader kurs ja aber aber im vergleich zu bitcoin sehen wir wie wir hier herunter slopen ja wenn wir uns jetzt das vergleich an im vergleich ansehen zum letzten bärenmarkt habe ich die ja signifikanten punkte einfach mal markiert das war das btc bärenlow im letzten bärenmarkt hier im november 18 danach gab es eine kleine rally von cardano ja das war das btc bärenmarkt dieses mal das war wirklich das war keine rally das war das war ein witz dieses mal ja und nachdem btc die rally dann beendet hatte das war hier war cardano hier unten da in so einer art bären flagge wenn wir da mal genau hingehen würdet ihr das sehen ja das ist das hier wir können es auch gerne noch mal ein zeichnen als parallelen kanal wir sind wir haben wir sowieso hier alles voll mit parallelen kanälen also seht ihr hier ist das hier ja und da ist bitcoin gepiekt mit der zwischen rally im bärenmarkt die wir jetzt auch hatten im juni achtung und jetzt haben wir hier den btc rally peak dort im zirka juni juli 23 jahre fast und doppeltop oder so und wir sind auch diesmal hier in einer art bären flagge also sehr sehr ähnliches szenario wir haben damals von diesem punkt als wir die flagge nach unten gebrochen haben weitere 200 und 12 tage in richtung süden verbracht ja und die valuation hat dabei noch mal um knapp 60 achtung 60 prozent geblutet das ist aber nur cardano im vergleich zu bitcoin der cardano kurs hat von juni 19 bis zu diesem tief im dezember jahr 19 juni hier dezember hier vier und siebzig prozent verloren von dem gemachten hoch ja muss das jetzt auch so passieren nein das juni hoch ist dieser spike würden wir von diesem spike fünf und vier und siebzig prozent genau einfach 75 sagen verlieren ja das wäre heftig aber guckt mal hier hier ist meine linie ja zwei hundert zwölf tage ungefähr fünf und siebzig prozent das wäre gar nicht so abwegig es ist im rahmen der möglichkeiten ja ich bitte immer dass auch wenn es sehr sehr unrealistisch erscheint in erwägung zu ziehen fünf und siebzig prozent ja 9,5 cent das klingt komplett hart meine meinung ist dass wir hier irgendwo bei 17 cent oder sowas landen aber die vergangenheit hat uns ja gelehrt wir sollten ein bisschen aufpassen wir sind hier in dieser phase in der cardano blutet ja und wir haben letztes mal haben wir hier halt gemacht bei ja vier würde ich sagen davon sind wir jetzt ja hier noch ein gutes stück entfernt wir haben also die möglichkeit in der nächsten zeit sollte sich bitcoin nicht fangen und bei 24.000 umkehren und auf 45 steigen sondern von dort aus nur eine rally hinlegen eine korrektive rally sagen wir von 24 in richtung 25 5 oder 26 ja um das aktuelle level zu retesten und dann nochmal fallen auf sagen wir einfach mal 20 dass cardano es schwer haben wird boden gegenüber bitcoin gut zu machen um das ganz deutlich zu sagen ja danach hatten wir den boden gefunden wir haben eine diagonale linie nach oben gebrochen wir waren auf dem weg nach unten oh ja das lief schon gar nicht so schlecht dann kam corona und danach ähm ich sag jetzt nicht fängt die old coin season an oder sowas aber danach sehen wir auch dass die old coins hier gegenüber bitcoin wieder deutlich gewinnen werden ja nach dieser zeit nachdem wir hier dieses tief haben wer da nicht auch schon wirklich seine old coins eingesammelt hat der wird ein problem kriegen im nächsten bullern auszucachen ohne steuern zu zahlen das ist ja das ziel dass du so lange bevor der bullern endet eingekauft hast damit du deine coins mindestens 365 tage gehalten hast um nach einem jahr steuerfrei auszucachen das heißt wir haben ja hier das erste hoch gehabt 420 tage achtung nach dem corona crash ja was für uns bedeutet wir sollten so februar zwischen februar und april 2024 spätestens all unsere coins hoffentlich an einem tiefpunkt gekauft haben weil wir erwarten dass wir gegen herbst 2025 diesen bullern beenden ja so dass du deine coins mindestens 365 tage gehalten hast um steuerfrei auscachen zu können ich würde mir das einfach mal irgendwo hinlegen ich habe es jetzt auch einfach mal in meine charts hier aufgenommen vielleicht gucken wir da zwischendurch mal drüber aber ich fand das ganze wirklich sehr sehr interessant wir gehen rüber und zwar zu unserem allerersten coin wie immer der da heißt light coin kleine erholung ja das haben wir besprochen mal sehen wie weit es geht wir kriegen jetzt hier ich sage jetzt nicht die ersten probleme oder sowas ob ich das als ausbruch sehen würde weiß ich nicht ich würde die 65 dollar nehmen ja erstmal sind wir ausgebrochen über die diagonale das war long alles klar in 64 75 auch alles okay jetzt kommen wir hier so hin ihr seht der rsi geht langsam auch auf stundenbasis in den überverkaufbereich der stoch ist jetzt schon hier eine ganze zeit sehr sehr weit oben also wenn wir hier wirklich drüber kommen über diese 65 dollar dann kann es gut sein dass wir doch dieses gap hier schließen bis in 66 44 wir werden sehen dafür muss bitcoin allerdings auch ein bisschen weiter nach oben ziehen schau mal schau mal sag ich mal so ja erste short opportunity meine meinung nach unter der 63 84 dann erstmal zurück auf die 63 dollar bricht das 60 dollar und tiefer xrp ebenfalls kleine erholung aber nichts großartiges ja wir haben ja damit gerechnet dass wenn wir hier runter kommen wir eine erholung kriegen entweder in diese 50 beziehungsweise 50 84 von mir aus auch 51 cent aber solange xrp weiterhin unter 50 cent bleibt ja solange wir keinen tageskloß über 50 cent sehen ist alles was in 50 cent geht eher short gerichtet wir haben leichten support aufgebaut ihr seht das hier da sind wir jetzt multiple mal runter gekommen haben das angetestet das heißt 49,4 cent wäre short auf dieses tief 48,6 da drunter wird es eklig habe ich euch gesagt der nächste vernünftige support der liegt hier unten irgendwo bei 44,44 cent oder sowas wir haben auch hier den rsi jetzt schön nach oben gekriegt das heißt ich würde mal beobachten ob so eine rsi linie irgendwie bricht ja und ich das ganze hier ein bisschen eher catchen kann sowas hier sollte die brechen dann würde ich da vielleicht schon egal wo der kurs gerade steht die erste schrottmöglichkeit einnehmen einnehmen haben wir gerade gehabt da hat sich nicht viel geändert wir sind seitwärts gegangen das haben wir haben wir so gesagt dass das am wochenende passieren wird dann glaube ich auch dass sich nichts ändern wird heute das ist die marke grob von 25,8 cent dann kleine long versuche in 26,8 oder sowas dass wir höher gehen glaube ich schon eigentlich nicht sondern dass wir das wochenende hier verbringen werden unter 25 cent ist cardano short in richtung 24,4 darunter wird es dann ein bisschen wehtun wie chain genau das gleich auch hier laufen wir seitwärts wie gehabt oberkante 15 15,7 cent ja das wäre schön 1,57 cent kommen wir darüber vielleicht kleine long versuch hier irgendwo in 1,6 oder sowas aber ansonsten auch brechen wir zur unterseite weg das ist die 1,52 cent dann erstmal 1,5 und danach hatten wir hier ein ziel ungefähr ausgemacht bei 1,35 solange kleine erholung nichts großartiges ja wir haben hier ein leicht höheres tief als dieses das kann auch wirklich jetzt sag ich mal dazu in anführungsstrichen ausarten dass wir diese gegenbewegung kriegen um danach noch tiefer zu fallen solange wir nicht hier drüber kommen ja über diese marke von 20 dollar und 12 cent ist denke ich alles was hier hingeht eher short als long also von meiner seite auch hier würde ich keine nachhaltige long position eingehen sage ich einfach mal so sondern eher was hierhin kommt weg shorten sobald wir hier die diagonale linie rausnehmen wäre ich sowieso sofort short das ist die marke von 19 dollar und 20 kommen wir hier wirklich drüber was ich bezweifeln werte diese 20 dollar und 12 kann ich einen zaghaften long versuch starten in 20 50 und wenn ich viel glück habe sogar 21 dollar bei link haben wir das genau umgekehrt gesagt wir würden jetzt erst mal von short positionen absehen weil da wir ganz ganz starke bullische divergenzen haben auf 4 8 und auf tagestime frame ihr seht dass sich das so ein bisschen jetzt zumindest ausspielt wir haben bruch einer diagonalen trend ich kann mir vorstellen dass wir die nächsten stunden hier wenn wir das letzte hoch ausnehmen die 604 erstmal in die 6 8 ziehen sollte das überwunden werden 6 20 darüber würde sich die lage ein bisschen aufhellen aber wenn bitcoin und auch der rest stürzen sollte dann wird sich auch link nicht halten meine erste short möglichkeit wäre unter der marke von 5 89 auf den support 85 hält ja nicht 550 quant reine seitwärts bewegung wie immer keinen trade unter der marke von 98 dollar short über der marke von 102 ja mal glaube ich gesagt long in 105 und so weiter bla 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 ja macht hier auch das was wir gesagt haben wir laufen seitwärts nichts großartiges auch hier kann ich mir vielleicht sowas vorstellen aber was ist das ja das ist eine korrektive gegenbewegung von diesem impulsiv nach unten und von daher mache ich hier erstmal gar nicht sollten wir unter das letzte tief hier fallen 53 cent dann ist das ding in sofort short erstes ziel 50 cent darunter wird es dann natürlich ein bisschen ekliger dann holen wir auch hier diesen wig ab ne das sind schon die 50 cent ja dann kann es tief gehen 45 cent als gerade marke als ersten support und dann hier unten irgendwo 40 cent und die untere trendlinie verläuft bei grob 37 cent das ist im rahmen der möglichkeiten so wir kommen zu den coins die euch gewünscht haben wir fangen an mit einem ganz ganz klasse coin auf den ich jeden fall achten würde in diesem bärenmarkt weil ich will ja value werte akkumulieren und das ist in dem fall pp also als wir letztes mal pp gemacht haben haben wir gesagt pp ist pp die last die poten von dem shit ja dann haben wir hier die trendlinie gebrochen jetzt slopen wir runter hier an dieser unteren kanal trennen und es geht immer tiefer wir haben struktur wir haben den support hier nach unten gerissen auf tagesbasis ja das ist alles andere als günstig ich weiß nicht wo ich hier nach einer long position suchen sollte wir müssten uns an irgendeiner marke mal fangen aber so schnell wie das ding gestiegen ist ja so schnell kann es auch herunter kommen wir haben jetzt hier erst einmal keinen horizontalen support ja wenn wir den nächsten ein zeichnen das ist ja wirklich vier stunden support den ich hier ein zeichnen muss weil das dinge so schnell gestiegen ist dann ist das die marke ich lasse die ganzen nullen weg 72 ja wenn wir uns da fangen das ist ja dann auch gleichzeitig hier dieser support der diagonalen linie wunderbar aber fallen wir da dann fällt das ding auf wie ein stein ja ich wüsste nicht was mich dazu verleiten sollte in pp zu investieren das dinge ist ein shit meme coin ja und egal lassen wir die diskussion einfach sein im moment gibt es hier keinen trade weder long noch short ich lasse die finger einfach davon auch das hier ist dann einfach nur paralleler kanal das wäre für mich eine erste long möglichkeit 8,4 dann long hier in 9 2 bricht das kann es auch ein stückchen weiter gehen aber im endeffekt favorisiere ich hier die downside spätestens wenn wir wirklich so eine absteigende linie die eigentlich einen bullischen kanal darstellen sollte nach unten bricht ja dann bin ich ja gezwungen hier böse und strong short zu gehen ja wir gehen rüber zu akko akropolis aber gestern morgen oder habe ich gestern morgen gesagt das ding ist ein short versuch wert ja das war hier oben dieser trade der ist auch immer noch aktiv hier unten aktuell 707 prozent in profit ja das war nur eine kleine marge in dem fall 33 dollar aber ihr seht die art jetzt gerade aus zu 240 was andere sind ja kleine spekulative trade sagen wir einfach mal so aber inzwischen durch labert der mario dann doch nicht nur shit ja und wenn ich das jetzt auch hierbei belastung und wir gehen jetzt hier rüber kurz nach akko dann glaube ich auch dass wir genauso verfahren werden wie ich es jetzt gerade sagen werde wir fallen erstmal hier in diese area bis 14 8 oder sogar bis 14 2 ihr seht das hier ist eine area die wirklich interessant ist weil wir hier schluss gemacht haben ja trotzdem glaube ich dass hier nicht halt ist ja sondern dass wir uns hier fangen werden wir werden ähnlich wie hier halt machen aber wahrscheinlich eher in so einer art mit flagge ja und das dann nochmal der fall kommt eine etage tiefer hier grob in 13 2 so und das ist ungefähr hier und dass wir dann hier halt machen werden und hier eine größere gegenbewegung starten trotzdem ist das natürlich ein fantastischer trade wenn ich euch gestern morgen angesagt habe wo man auch durchaus noch hätte hinterher springen können ja akko jetzt gerade erst noch mal ein bisschen weiter short ihr seht hier kommen wir jetzt in diese area rein und da mal gucken wie es von daraus weitergeht algo würde sich mal wieder gewünscht aktuelle leicht auf dem weg in richtung nord ist das irgendwas gravierendes und steigen wir von jetzt aus to the moon nee tun wir nicht ja wir sind hier an diesem support wir halten uns jetzt aber eine long position er sehe ich jetzt hier nicht wir müssten hier drüber kommen über diese absteigende linie das wäre sehr 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 positiv ja ansonsten muss ich einfach nur darauf warten dass die 9 cent brechen wenn die 9 cent brechen brechen alle dämme dann geht es hier auf diesen weg 8,2 meine vermutung meine vermutung ist dass wir diese absteigende den hier irgendwann nochmal antesten die verläuft jetzt gerade bei 7 cent das wären weitere einkaufsmöglichkeiten für algorand der nächste coin der reinschneit das ist grt so kurzer reminder ja wenn ihr nicht erstens in der lage seid meinen rat zu befolgen bitte wünscht euch nur einen coin was wir jeden tag sagen dann solltet ihr auch nicht andere leute wissen wenn sie sich einen coin wünschen und dann noch sagen ey der coin wurde war erst gestern oder vorgestern in dem update was dann zweitens noch gar nicht stimmt ja also chillt ein bisschen eure base achtet auf eure wortwahl in der kommentarfunktion und natürlich darauf was ihr auch selber tut ja deswegen kriegt derjenige der sich heute drei könnte gestern drei coins gewünscht hat kriegt heute keine analysiert und derjenige der sich grt gewünscht hat kriegt gerne grt so wir sind unter support dieser support liegt hier bei der marke von 8,8 cent kommen wir darüber wäre das positiv ansonsten sieht das hier eine nach einer sehr sehr korrektiven bewegung in richtung norden aus und wir erwarten dann dass wir feiner die und schlussendlich dann hier überlaufen unter die marke von 8,44 cent und dann den drops kriegen in acht cent für grt hb ar auch hier ungünstig ja wir sind aus diesem riesigen parallelen kanal ausgefallen wir sind jetzt hier am support werden eine leichte bullische divergenz auf kurzen timeframes wir kriegen jetzt hier eine erholung aber ich kann mir vorstellen dass das noch nicht zu ende ist dass wir zwar hier diese erholung kriegen aber soweit wir überlaufen über die marke von 4,8 cent erwarte ich dass das dinge in richtung 4,5 wenn wir pech haben sogar hier unten in 4,4 cent fällt und dort haben wir dann glaube ich die möglichkeit auf eine größere gegenbewegung ja bevor es dann schlussendlich noch mal tiefer geht also für mich sieht das jetzt hier nicht nach dem trade setup aus was ich benutzen würde das würde erst wirklich in kraft treten wenn ich über ganz ehrlich hier über die 5,3 cent kommen würde 5,3 in die absteigende linie 5,5 bricht das wirklich positiv gestimmt ja ansonsten warte ich dass dieses tief rausgenommen wird dann short in den nächsten support bei 4,5 war es glaube ich was ich gerade gesagt habe lpt wurde sich gewünscht habt ihr gerade vielleicht auch gesehen habe ich auch einen kleinen short genommen wo ist er hier unten egal jetzt gerade habe ich gerade long genommen okay liegt aber nur daran weil wir eine bullische divergenz haben auf 15 minuten basis ansonsten dann geht das ding in bald auch in richtung süden wir sehen hier dass wir auf stunden basis eine bullische divergenz haben der mario hat den long genommen ohne nachzudenken ja warum auch nicht auch mir passiert das manchmal ist allerdings ja nur eine kleine position ein gleichbleibendes tief ein höherer rsi auf 15 minuten basis sieht man das ein bisschen besser hier deutlich höher ja normalerweise würde ich den long dann erst nehmen wenn wir hier drüber hinaus ausbrechen dann erwarte ich eine gegenbewegung aber auch nur eine gegenbewegung weil das dingen scheint jetzt erstmal auf dem weg in richtung süden zu sein wir haben hier unser top gefunden top lower high ja das hier ist die nächste abwärts bewegung das könnte hier eine schöne flagge werden und dann wieder in richtung süden ja das ist das was ich erwarte wenn wir also hierhin kommen in diese 6 85 oder sowas da würde ich diese baby long position auflösen eher in short reingehen aber wenn wir hier auch sofort überlaufen unter die 6 60 da habe ich auch den stop loss gesetzt wo ist er denn lpt ja hier ist er wenn wir da sofort drunter fallen dann geht es die etage tiefer und zwar hier unten in diese 6 50 wenn die nicht halten 6 40 ja also lpt auf größeren timeframes ebenfalls auf absteigendem ast wir sind sehr sehr schön gerallied und von daher erwarte ich dass wir auf den größeren timeframes runter kommen ganz ganz kurzer ebene können vielleicht hier eine gegenbewegung erwarten aber ich gehe davon aus dass wir hier dann bald ganz böse überlaufen bei lpt so wir kommen zum nächsten coin der sich gewünscht worden ist das ist schieber schieber das hat hier perfekt funktioniert wir haben gesagt wir haben son doppel kick nach oben und dann brezeln wir alles weg und dann haben wir alles gerissen jetzt sind wir auch unter diesen support gefallen dieser diagonalen linie von daher wüsste ich jetzt auch nicht was mich dazu verleiten würde hier jetzt gerade in eine long position rein zu gehen ja natürlich sind wir ein bisschen überverkauften natürlich können wir so eine baby gegenbewegung erwarten oder sowas aber solange wir hier unter dieser linie sind würde ich gar nichts in richtung long unternehmen das müssten wir zurück erobern ich lasse auch hier die nachkommastellen weg das ist 8 ja dann haben wir die möglichkeit hier in 8 1 1 oder in 8 2 5 zu rallyen aber wenn wir diesen letzten dieses letzte tief hier raus nehmen ja das haben wir hier auf der linken seite schon angetestet 1 2 3 langer wick keine kerze drunter ja wenn das mal passieren sollte 7 7 7 7 7 7 4 st close drunter dann geht schieber auch die nächste etage tiefer hier in 7 5 und bricht das sehen wir als nächstes 7 1 5 ja auch hier im moment würde mich nicht dazu veranlassen in eine long position zu springen bei schieber wir kommen zu x rd aktuell minus 0,22 prozent wir sind auf support das ist schön ja auch hier haben wir eine leichte bullische divergenz auf kurzen timeframes auf 4 stunden basis nicht obwohl das so aussieht und wir trenden hier in richtung süd solange dieser support hält marke 5,08 ist das okay bricht er weg dann auch hier short position ansonsten seht ihr die diagonale linie immer wenn wir so leicht in richtung süden trenden ja sowas hier kriegen wir so einen sprunghaften anstieg und der schnell wieder abgebaut wird das gleiche haben wir hier gekriegt bumm und das sieht auch jetzt sehr sehr ähnlich aus ja also wenn wir hier irgendwie was sehen wir kriegen so einen sprunghaften anstieg dann würde ich aber auch das sind dann mal irgendwie zehn prozent würde ich aber schnell auch dann vom tisch nehmen würde ich mich darüber freuen und sagen jo tschüss sikowski nehme ich mit jetzt haue ich ab weil auf kurz oder lang sehe ich auch hier x rd durch diese marke fliegen der nächste support der dann kommt das ist die grüne linie verlaufend bei 487 hält die nicht 440 und da drunter kann es dann auch wirklich ja einen bösen effekt geben der uns den ganzen weg hier in 32 führen kann also upasse bei x rd so schlimm ist es jetzt gerade noch nicht aber es kann schlimm werden tau bitensor meiner meinung nach für den nächsten moran ein sehr sehr schöner coin hier oben bei 87 dollar haben wir gesagt das sieht aus wie ein rising welt und pause wenn wir da durchfallen jetzt sind wir hier irgendwo bei 52 das ist eine wunderbare support area ihr seht wie lange wir uns hier wirklich aufgehalten haben und solange die hält ist auch alles gut dabei verläuft die unterkante dieses kanals bei 45 60 hält die nicht nächste halt 42 77 hält die nicht achtung 35 dollar ja und solange wenig mehr mindestens hier 55 dollar zurück oberen würde ich auch keinen langen versuch starten aber es ist zwar eine relativ große area aber ansonsten sehe ich hier keine möglichkeit ja auch auf stundenbasis seht ihr das ist super korrektiv wir haben zwar hier das tief gemacht bei 45 wir sind jetzt bei 51 das klingt ganz toll aber die bewegung nach oben guckt euch mal an wie überlappend das dingen ist ja dass das ja das ist lappen ja das sieht nach einer erneuten bärfleck aus bricht das dingen zur unterseite hier der erste short 49 dollar auf dann zurück 45 bricht das auweia bei tau öl wie sieht es aus bei öl mario wurde noch gefragt gut gut für öl schlägt für uns je nachdem war der tanke ist ja sowieso scheißegal wir werden ja sowieso von vorne bis hinten verarscht ja sagen wir mal einfach so hier war der ölpreis bei 1224 spritpreise bei 2 euro jetzt haben wir einen ölpreis hier bei 85 spritpreise sind bei 2 euro also so gut lassen wir das rohöl hat jetzt auch nicht unbedingt viel mit denen ist nicht ganz natürlich anzulehnen an die spritpreise das darf man nicht vergessen das ist ein bisschen was anderes aber ihr wisst ungefähr was ich meine öl hat einen ausbruch werden ihren breakout nach unten und danach einen vier stunden breakout nach oben dort gibt du und jetzt geht das dingen steil ja das geht ab wie schmids katze jetzt warum soll ich jetzt an eine short position denken wir sind wir überverkauft haben wir eine bierische divergenz nein sind wir an widerstand ja wir haben den überwunden wir können die auch ein stückchen nach unten ziehen dann seht ihr da sind wir gescheitert hier auch drüber retest ja ich kann hier jetzt öl nicht shorten natürlich kommen wir hier in eine größere area wo wir irgendwann widerstand erfahren werden aber jetzt gerade sieht aus als wenn öl parabol geht ja wir haben leichten widerstand jetzt bald eine marke von 86 70 überwinden wir das auch nur nach oben bekommen wir in diese area 89 dollar ich kann öl hier nicht shorten lasst die finger davon nur weil das dingen gerade abgeht heißt es nicht dass ich jetzt auch auf den short button drücken muss weil der muss ja irgendwann zurückkommen ja ja der kommt auch irgendwann zurück aber vielleicht bist du bis dahin pleite also lass es wir brechen keine diagonale linie in richtung süden wir sind über support also lass es sein lass das ding laufen wenn du im long bist alles gut ja selbst auf stunden basis wenn ich hier kann ich gar keine diagonale einzeichnen keine vernünftige ja das wäre die erste aber ansonsten alles was so steil ist wer jetzt hier eine linie zieht beziehungsweise anfängt solche linien zu ziehen der hat komplett verloren ja weil dann sagt sich öl alles klar ich mache mal eine kurze pause brecht die linie dann kommt hinsons kunst rein haut ihren short rein und dann ziehen wir an dieser linie weiter hoch ja das ding muss erstmal ein stückchen runter kommen vernünftiges retracement machen dass man eine richtig vernünftige trendlinie ziehen kann so eine hier wäre eine vernünftige trendlinie allerdings ist die natürlich super große stück entfernt öl läuft im moment wenn ich in dem long drin drin bin laufen lassen ansonsten einfach mal zugucken und die pfoten davon lassen so also das war's für das allcon update wir gehen dann gleich noch rüber zum bitcoin in ethereum update wenn ich euch dort begrüßen dürfte würde mich das freuen wenn nicht ist auch nicht schlimm dann wünsche ich dir einfach einen traum auf den start in diesen sonntag genieß deinen letzten freien tag heute soll super wetter werden zumindest hier in nrw wahrscheinlich werden wir zu meinem papa fahren mit der kleinen zur oma und zum opa entweder was grillen oder was leckeres zu essen holen und essen gehen ich freue mich sehr darauf ja familienzeit ist immer die beste zeit von daher sage ich auch heute ich habe trades offen ja ich habe vernünftiges stop loss ja und deswegen arschlecken am wochenende versuche ich so wenig wie möglich auf die kurse zu gucken und mein wochenende zu genießen genau das gleiche solltet ihr auch tun ich wünsche euch einen wunderschönen start in diesen sonntag mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem